Hey, wir sind Claudia und Kevin und unsere Katze Olive. Wir haben sie in Griechenland gefunden und adoptiert. In Österreich haben wir unsere Jobs und Wohnungen gekündigt und reisen jetzt mit unserem T5-Bus Herbert Open End durch Europa. Kommt mit und begleitet uns auf unserer Reise. Was diese Woche alles passiert. Wir lassen Olive bei einer super lieben Tierärztin bei Malaga kastrieren. Dann geht es für uns Richtung Lieboldar. Dort besteigen wir den Berg und haben eine super schöne Sicht auf Afrika und sehen sogar Affen. Dann geht es für uns Richtung Tarifa und dort landen wir auf einem echt schönen Strand. Hallo zu einer neuen Woche mit uns. Hallo, wir sind heute ein bisschen früher aufgestanden, weil jetzt fahren wir zu Oliveira Kastration. Und wir sind gespannt, wie lange das dauert. Und ja, haben wir heute Gru frei. Ja, wir haben auch seit gestern Abend ihr nichts mehr zum Fressen geben dürfen. So. Ja. Und das taugt ihr auch nicht wirklich. Sie kennen sie überhaupt nicht aus, warum sie nichts zum Essen kriegen. Das ist richtig böse. Ja. Aber ja, es hilft nichts. Und schauen wir mal, wir hoffen, dass alles gut geht. Wir haben zu. Wir haben zu viel. Ich bin bei dir selber. Ich bin bei dir selber. So, da hinten ist der Tierarzt und jetzt warten wir ein bisschen, weil wir sind ein bisschen zu früh da an. Ich glaube so 20 Minuten zu früh. Und jetzt warten wir ein bisschen im Auto und dann geht's rein. So, wir haben Eudes jetzt abgegeben und der Mann war eigentlich richtig nett. Er hat sogar ein bisschen Deutsch mit uns geredet. Ja genau, er war ziemlich jung und ich habe ein gutes Gefühl. Ja und heute um 5 Uhr können wir es wieder abholen, also haben wir den ganzen Tag alle frei. Ja genau, richtig komisch. Ja, schauen wir mal, wenn wir kurz einkaufen oder so, schauen wir mal was wir hättet. Genau. Ja, hoffen, dass mir alles gut geht. Ja. I wish I could solve your problems, you're stuck on my wall like neon paintings and I'm so tired of being honest. To everyone but myself, I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck on the wrong side of the mountain. We were so good at trying, but we can't keep trying. Cause we only end up on the wrong side of the mountain. So, wir haben jetzt alle wieder. Und es ist alles gut gegangen, zum Glück. Und also die waren alle wirklich so lieb. Und jetzt haben wir so einen Geschwärmpfähre, dass sie so süß ist. Und sie kriegen jetzt gerade ein bisschen Lackspaste. Und ja, also gezahlt haben wir jetzt da in Spanien für die Kastration 135 Euro. Was eh, glaube ich, ganz normal ist. Das ist, glaube ich, überall gleich viel. Hauptsache ist es ordentlich gemacht. Und die Nähte sind selbst auflösend und sind innen. Also die sieht man gar nicht. Und ja, wir brauchen also nicht mehr zum Tierhaus oder so. Das lässt sich alles für selbst. Wir brauchen nur mit einer Rundsalbe das einschmieren zweimal am Tag. Und ja, das war's dann. Und prive es wiederanja? Vielen Dank. Vielen Dank. Wir wünschen einfach seinenところ. Cause we only end up on the wrong side of the mountain Wir sind jetzt ein Stückchen weiter gefahren in die Richtung Gip-Altar Und Olive geht's gut Es sind jetzt gleich schon zwei Tage nach der Kastration Und die Wunde schaut eigentlich ganz gut aus Und das wird schon, ich glaube sieben Tage braucht es oder zehn Und nachher wird sie wieder so die Alte sein Und wir stehen jetzt gerade bei einem Strand Gestern hat Kevin das Gimbal ausprobiert beim Strand Und ich habe ein bisschen am Strand Yoga gemacht Und von hier aus kann man den Berg von Diboltar sehen Richtig cooler Stellplatz eigentlich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So guten Morgen, für uns geht es heute nach Gibraltar und wir sind schon gespannt, weil das gehörte nicht mehr zu Spanien, da müssen wir nicht mehr über Grenzen und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt noch zu Großbritannien gehört, irgendwie habe ich mal gehört, dass das jetzt unabhängig ist und es hat aber ganz normal Pfund wie England und so, also keine Ahnung, wir werden sehen. Genau und auf dem Berg gibt es Affen und man kann glaube ich sogar nach Afrika sehen, wenn die Sicht gut ist und ich glaube das Ticket darauf kostet so 22 Euro hast du gesagt, aber da ist die Tropfsteinhöhle, und der Nationalpark oben glaube ich auch dabei und die Gondel natürlich und ja, es steht schon sehr lange auf unserer Bucketlist und wir freuen uns schon drauf. Musik 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 So wir sind jetzt hier in Gibraltar angekommen und Und wir wollten ja eigentlich mit der Seilbahn fahren, aber die hat leider zu, weil der Wind so stark geht und jetzt haben wir aber was gesehen, dass es jetzt die so Mini-Reisebusse gibt, die so eine Tour machen, was rauf fahren, dann bei den einigen Punkten stehen bleiben und das werden wir machen. Das kostet gleich 25 Euro pro Person und ja. Ja genau, gehen wir Affen anschauen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind gerade in die Stadt reingegangen und es ist so richtig schön hier, also es hat auch so einen englischen Touch, aber trotzdem mit so Palmen wie in Spanien. Also ihr habt es ja gesehen, bei der Aufnahme, wir haben eine rote englische Telefonzelle im Hintergrund mit einem Farben, also das sieht man sonst glaube ich nicht. So richtig schön, ich fühle mich hier so richtig wohl, ich könnte hier bleiben. Hast du ja zu Kevin gesagt, wir nehmen uns einfach eine Wohnung und bleiben hier. Ja, ich glaube es ist ein bisschen teuer hier. Ja, aber wir kommen wieder, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen teuer. Ich bin ein bisschen teuer. Ich bin ein bisschen teuer. Was ist das? Ich bin ein bisschen teuer. Wir sind jetzt weitergefahren nach Richtung Westen. Und zwar sind wir jetzt oberhalb von Tarifa in Bologna. Da sind wir ganz crazy irgendwie durch Armlandschaft durchgefahren mit Kühen und etc. Also wie in Österreich. Und jetzt stehen wir gerade am Strand und haben wirklich ein mega schöner Strand. Und jetzt werden wir dann gleich mit den Passpots, die wir jetzt wieder getroffen haben, werden wir dann raufgehen auf den Sandhügel hier. Und dann sind wir natürlich auch noch an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020